Hallo, heute stelle ich euch dem, die oder das, wie auch immer, T-Claw vor. Und zwar handelt es sich hierbei um ein kleines Tool, das sich hervorragend eignet, um von Matten mit echten Tees abzuschlagen. Und wie das funktioniert, zeige ich dir jetzt. Nimm ein T-Claw und drehe es in den Boden des Mattenabschlages. Dann kannst du ein T-Claw reinstecken und ganz normal deinen Ball auf T-Claw. Außerdem kannst du an der Unterseite Gummis befestigen und diese somit zur Ausrichtung nutzen. Außerdem kannst du mit den Gummis das Tier, auf dem sich der Ball befindet, so fixieren, dass, wenn du den Ball schlägst, dein Tier nicht so weit wegfliegt. Den kompletten Testbericht findest du auf Golfstunde.